Da, ne? Leute? Ne, doch nicht. Da. Ihr kriegt nämlich. Yeah! Oh, Zitrone ist bisher an der Seite, ne? Oh, scheiße. Hey, stopp. McKay, komm mal her, mach mir Zitrone tot. Stopp, Time Out. Time Out. Ernsthaft jetzt? Drei gegen ein? Hallo, servus und grüße miteinander. Meine lieben Freunde der virtuellen Realität. Ja, es ist schon ein bisschen her, da habe ich ein Gewinnspiel gemacht. Ist ziemlich weit hinten in den Videos. Und zwar Elven Assassin. Wir haben vom Entwickler Keys bekommen, um mit der Community zu zocken. Und das Ganze wollten wir natürlich jetzt euch auch nicht vorenthalten. Ich habe gespielt mit dem Tupac. Ich habe gespielt mit der Sandora, mit McKay. Und was daraus geworden ist, das könnt ihr euch jetzt in diesem Video hier angucken. Ui! Seid ihr bereit? Wir sind bereit! Tupac für We Are Packs. Ich kann nicht start drücken, du musst drücken. Ich kann start. Ach, sie hat den Haus übernommen. Ach so. Ich drücke jetzt. Go, go, go. Jetzt bin ich eine ganz arme Sau hier. Drei, zwei, eins. Eins. Los! Headshot! Hallo! Ihr seid alle da hinten. Boah, das ist böse. Das war übel. Das kriegst du ja wieder. Oh ne, jetzt bin ich ja hier. Nein! Tupac! Oh. Tupac. Habe ich dich getroffen? Nein, habe ich nicht. Nein. Richtig ist es Tupac. Tupac. Nicht Tupac. Mist. Wo steht er denn jetzt? Wenn jemand bei We Are Puck the Bee dabei ist, dann heißt er auch Tupac. Tupac von We Are Puck. Wo steht denn der Hände? Die liegt doch da auf dem Boden. Das kann doch nicht sein. Nein, ich... Komm, Sandora, komm. Ich hocke. Ich hocke. Ich habe doch eben noch gesagt, hocken geht nicht mehr. Aber ich glaube, ich brauche Knieschoner oder so. Ist auch unmöglich, dich zu treffen, so. Ja, ich sehe dich auch nicht. Ich sehe nur deinen Namen. Ja, weil du liegst. Nein, ich hocke. Oh, McKay. Der war aber... Fies. Oh nein, Mann. Rache ist Blutwurst oder wie war das? Wow, Zitrone auch noch da. Boah, shitty, shitty. Ich muss hier weg. Ja, jetzt meine Rache ist süß. Nee, sauer. So, Sandora. Was denn, Tupac? Jetzt steh mal auf und lass ich mich... Nein. So, Sandora, jetzt bist du dran. Nein. Oh, nee. Hahaha, Tupac. Top Schuss. Sauber. Zitrone. Ach, komm, McKay. Auf drei Kilometer trifft er mich hier. Darf ich aufstehen? Nein, auch Mensch, Tupac. Ich kriege euch auf. Ich hab nix dagegen, wenn du aufstehst. Ach, leck mich am Arsch. Yes. Leck mich am Zückel, die. Am Zückel. Geh doch zu McDonald's, McKay. Oh, McKay. Du hast mich aber auch erwischt. Äh, ja, ich hab... Mich hast du nicht erwischt. Achso. Ist auch ohne. Puh. Boah, ich hab aber hier schon ein bisschen das Gefühl, ich hab hier so ein bisschen die Arschkarte gerade gezogen. Tupac und McKay. Aber voll... Voll nur auf mich. Gut, dann muss ich jetzt taktisch vorgehen. Ja, kann sein. Ich geb mir Mühe. Du Arschgesicht. Du geflügeltes Arschgesicht. Oh nein, McKay. Ey, schon... Nee, Tupac hat mich... Oh. Ja, der... Sandora? Ja? Liebe Sandora. Ja, liebe Zitrone. Du findest doch auch die zwei ganz blöd, oder? Ich find die auch voll blöd. Ja. Der Sandora, also... Da sind wir uns ja einig. Ja. Find ich auch. Da sollte man sich auch in so einer Situation einig sein. Ja, und gleich kommst du denn von hinten und bam. Oh nein, Tupac. Oh, warte mal. Tupac. Oh Gott. Wo bist du denn? Mein Sohn. Ey, nein. Sag mal, du hast doch ein Fernrohr. Du hast doch wohl nicht... Was hast du eigentlich hier? Das geht doch gar nicht, ey. Das... Ich hab noch keinen einzigen... Das sind die kleine Ritze, ey. Komm, den einzigen Punkt, den ich hier machen könnte, wäre jetzt gegen Sandora, aber das lasse ich jetzt mal. Die stand direkt neben mir. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, ich hab Elbenblut, aber der McKay ist schon immer noch besser. Ach komm, hier McKay, leck mich doch, wo die Sonne nicht hinscheint. Guck mal, von allen Seiten kommen sie wieder. Guck mal, guck mal, guck mal, Tupac ist auch da. Ich bin auch da, hallo. Mann ey. Das kann nicht angehen, ne? Von wo ist das denn? Nee, genau. Ey, hallo, nick mich. Hallo Zitrone. Frischfleisch. Die, die, die Sandora, die verfolgt mich. Sandora, wir haben ihn in der Mitte. Ja, der hat mich getroffen. Mich auch, gleichzeitig, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, also Sheet, Sheet, definitiv. Jetzt hab ich Angst vor McKay hier. Ah Mist. Das ist irgendein Matrix-Trick gewesen, ne? Ja, call me Neo. Da, lang lebe Zitronenart. Ja toll, jetzt wo ich Tupac hätte treffen können, ist er schon tot. Ja, das war ich. Seh's als eingefallen an. Gott. Nee, das Zitrone, die hau ich jetzt mal nicht. Jetzt schlawenzeln die da hinten schon wieder rum. Das wird wieder ein harter Kampf hier. Ich seh das schon. Also wir brauchen neue Muniziere. Sandora, ich hab doch gerade Kampf hier mit McKay. Dass sich da immer noch Dritte einmischen müssen. So Sandora. Was denn? Das war doch schicken gerade, oder? Der war gut. Nein. Jawoll, endlich. Der war echt gut, ja. Endlich. Oh, lange hab ich drauf gewartet. Lange. Damn. Das ist doch echt cheat, warte mal. Boah, wie geht denn das jetzt schon wieder? Kaum ist er an einem Ort, hat er mich im Visier und trifft auch noch. Weißt du, wenn ich die anderen mal treffen will. Boah, Tupac, ey, ich hab einen Flow jetzt. Warte mal, ich muss mich jetzt echt rächen. Nein, musst du gar nicht. Doch, doch. Oh, ich glaub einfach, dass er so ein automatisches Ziel aktiviert hat. So wie bei Tomb Raider oder so, dass man einfach nur noch in die Richtung halten muss und der Pfeil trifft immer. Das ist bestimmt so ein Feature von einer Rift oder so. Oh, nee. Aber dich hab ich auch noch mitgenommen. Der war mal gut, ey. Oh, hat sich ohne Sonne da? Jawoll. Hast du Tupac? Ja, ich hab Tupac. Yeah. McKay. Ach, Mist. Jihihihi. Jippieiei, Schweinebocke. Oh, guck mal, Tupac schleicht sie von unten an. Siehst du? Ja. Jetzt versteckt er mich da irgendwie so in einem Loch drin oder so. Wo ist mein Herz? Da hinten, Alter. Da. Ach, vorbei. Ah, guck mal, wo er schon wieder steht. War sehr knapp. Ne? Guck mal, ich bin echt mal gestorben. Das war aber nicht schlecht, du. Ja. Sandora hat mich fünfmal hintereinander abgeknallt. Viermal. Ich hab vier Kills in Folge gehabt. So viel zu unserem Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich über ein Abo. Und das tun die anderen Kanäle natürlich auch gerne. Die habe ich unten alle nochmal verlinkt. Und besucht auch mal die VR Legend. Das ist auch unten drin. Das ist eine News-Webseite. Alles rund um VR. So Leute, bis zum nächsten Mal. Und spielt was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Denn bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.